Hallo, ja, ich bin der Cenk, arbeite als Erzieher in der Grünen Birke im Ganztagsbereich des FIPV. Ich bin vormittags in der Unterrichtsbegleitung. Zusammen mit der Klassenlehrerin begleiten wir die Bildungsprozesse. Wir stärken die Kinder im Bereich der emotionalen und sozialen Kompetenzen. Ich bin schwerpunktmäßig auch in der Lernwerkstatt mit den Kindern. Wir bieten auch AGs an für die Kinder. Je nachdem, welche Interessen die Kinder mitbringen, werden eben auch AGs eingerichtet. Ja, die Besonderheit ist letzten Endes so, dass wir doch eine große Vielfalt vertreten im Team. Und das macht es auch so spannend, in diesem Team zu arbeiten. Und ich merke, dass wir da auch gute Ansprechpartner, sowohl für die Kinder als auch für die Eltern und natürlich vor allen Dingen auch für die Schule sind. Ich möchte all die männlichen Pädagogen da draußen auch ermutigen, sich auch quasi hier bei uns, bei FIPV zu bewerben.